Untertitelung des ZDF, 2020 »Alle, die mich verraten, werden sterben«, sie sah Alphalie an und meinte, »Mein Dank ist Ihnen gewiss, Naib«, »Sie dankt mir auch noch«, murmelte Alphalie. »Er sah Jessica an. Sie hatten Recht. In meiner Wut habe ich nicht mehr daran gedacht, dass es besser gewesen wäre, den Karl am Leben zu lassen.« Jessica flüsterte. »Merken Sie sich die beiden Höflinge und die Frau in dem farbigen Kleid, Naib. Ich wünsche, dass man sie erwischt und verhört.« »Es wird geschehen«, sagte Alphalie. »Wenn wir hier lebend herauskommen«, sagte Jessica. »Aber jetzt kommen Sie. Lassen Sie uns unsere Plätze einnehmen und das Spiel zu Ende spielen.« »Wie Sie befehlen, Milady.« Sie ging zusammen zu der Plattform zurück. Jessica erklomm die Stufen und nahm ihre Position neben Alia wieder ein, während Alphalie unten stehen blieb. »Jetzt«, sagte Alia. »Einen Moment noch, Tochter«, sagte Jessica und zeigte ihr den durchlöcherten Ärmel. »Dieser Angriff galt mir. Der Bolzen hätte mich beinahe erwischt, auch dann noch, als ich mich zur Seite warf. Sie werden alle bemerken können, dass die Maulerpistole nicht mehr da ist, wo sie lag.« Sie deutete nach unten. »Wer hat sie an sich genommen?« Niemand antwortete. »Vielleicht könnte sie uns auf eine Spur bringen«, fuhr Jessica fort. »Aber das ist doch Unsinn«, trumpfte Alia auf. »Ich war doch das Ziel«. Jessica wandte sich ihrer Tochter halb zu und machte eine Bewegung mit der linken Hand. »Irgendjemand dort unten besitzt jetzt diese Pistole. Fürchtest du nicht, dass...« »Eine meiner Wachen hat sie«, sagte Alia. »Dann soll die Wache die Waffe zu mir heraufbringen«, verlangte Jessica. »Sie hat sie bereits hinausgebracht.« »Wie weitsichtig«, sagte Jessica spätisch. »Was willst du überhaupt?«, fragte Alia. Jessica lächelte grimmig. »Ich will dir klarmachen, dass ich zwei deiner Leute den Auftrag gab, den verräterischen Priester zu retten. Ich warnte sie, dass sie es mit ihrem eigenen Leben bezahlen würden, falls sie das nicht täten. Sie werden sterben.« »Das verbiete ich«, Jessica zuckte lediglich die Schultern. »Vor uns steht immer noch dieser tapfere Fedaykin«, sagte Alia. »Lass uns mit dem anderen so lange warten, bis wir seine Sache gehört haben.« »Ich kann bis in die Ewigkeit hinein warten«, erwiderte Jessica auf Chakopsa und rückte damit gleichzeitig aus, dass nichts auf der Welt in der Lage war, ein Todeskommando zum Stillstand zu bringen. »Wir werden sehen«, sagte Alia. Sie wandte sich an Alphali. »Was ist der Grund ihres Hierseins, Gadean Alphali?« »Ich wollte die Mutter Muadib sehen«, sagte der Naib. »Was noch übrig geblieben ist von den Fedaykin, jenem Bund von Brüdern, der ihrem Sohn gedient hat, legte zusammen, um mir die Reise durch die Reihen habgieriger Wächter, die die Atreides von den Realitäten Arrakis abschirmen, zu ermöglichen.« Alia sagte, »Wenn die Fedaykin etwas benötigen, brauchen sie nur zu...« »Er kam, um mich zu sehen«, unterbrach Jessica sie. »Was ist euer dringendstes Problem, Fedaykin?« Alia sagte, »Ich spreche hier für die Atreides.« »Was ist...« »Schweiz still, du mörderische Verdammte«, schrie Jessica ungehalten. »Du hast versucht, mich zu ermorden, Tochter. Und ich sage es jetzt hier in aller Öffentlichkeit, damit jeder es hört. Du kannst nicht jeden in diesem Raum umbringen lassen, wie diesen Priester, den man zum Schweigen brachte. Ja, der Schlag dieses Naibs hätte ihn umgebracht. Aber möglicherweise hätte er noch gerettet werden können. Man hätte ihn verhören können. Aber das passte natürlich nicht in deine Pläne. Und jetzt kannst du deinen Protest lauthals herausschreien. Niemand wird dir glauben. Durch deine Taten hast du deutlich gezeigt, wo du stehst.« Alia saß wie erstarrt da. Ihr Gesicht war totenbleich. Und Jessica, die sich die größte Mühe gab, die Emotionen ihrer Tochter zu ergründen, sah mit erschreckender Deutlichkeit, wie sich ihre Hand bewegte. Die Bewegung war ihr bekannt. Sie war der Hinweis auf den tödlichsten Feind der Atreides, den man je entdeckt hatte. Alias Finger bewegten sich in einem tappenden Rhythmus. Der kleine Finger zuckte zweimal. Der Mittelfinger dreimal. Der Ringfinger zweimal. Der kleine Finger einmal. Der Ringfinger zweimal. Und dann das Ganze noch einmal. Der alte Baron. Alia entdeckte plötzlich, dass Jessica auf ihre Finger starrte. Alia warf selbst einen kurzen Blick auf die tänzelnde Hand und unterdrückte die Bewegung. Sie schaute ihre Mutter an und sah in deren Blick die plötzliche Erkenntnis. Wieder lächelte sie. Beinahe lüstern. »Also so willst du dich an uns rächen?« flüsterte Jessica. »Bist du verrückt geworden, Mutter?« fragte Alia. »Ich wünschte, ich wäre es.« sagte Jessica und dachte, sie weiß, dass ich das der Schwesternschaft nicht werde verschweigen können. Sie weiß es genau. Sie wird sogar ahnen, dass ich es den Fremen sagen werde, die daraufhin ein Gottesurteil verlangen werden. Sie kann mich jetzt nicht mehr lebend hier herauslassen. »Während wir streiten, wartet unser tapferer Fedeikin immer noch,« sagte Alia leichthin. Jessica konzentrierte ihre Aufmerksamkeit wieder auf den alten Naib. Ihre Gefühle langsam wieder unter Kontrolle bringt, sagte sie, »Sie kamen her, um mich zu sehen, Gadean.« »Ja, Milady. Wir, die wir aus der Wüste kommen, sehen schreckliche Dinge uns ereilen. Die kleinen Bringer verlassen den Sand, wie die alten Prophezeiungen es voraussagten. Man findet keinen Shai-Hulut mehr, ausgenommen in den tiefsten Tiefen des leeren Viertels. Wir haben unseren Freund die Wüste erzürnt.« Jessica sah Alia an, doch diese schien darauf zu warten, dass sie fortfuhr. Als Jessica in die Menge starrte, sah sie erschreckte Gesichter. Der harte Kampf zwischen Mutter und Tochter hatte die Leute offensichtlich ungeheuer beeindruckt. Sicherlich fragten sie sich, aus welchen Gründen die Audienz überhaupt weitergeführt wurde. Sie wandte sich wieder Alphalie zu. »Gadean, was hat diese Rede über die kleinen Bringer und die Seltenheit der Sandwürmer zu bedeuten?« »Mutter der Feuchtigkeit«, sagte Alphalie und benutzte damit ihren alten Frementitel. »Wir sind durch die Kitab-Alibar davor gewarnt worden. Wir beschwören euch. Vergesst niemals, dass an jenem Tag, an dem Muadib starb, aus Arrakis eine ganz andere Welt wurde, die sich gegen sich selbst richtete. »Wir können die Wüste nicht aufgeben.« »Ha!«, knirschte Alia. »Die misstrauischen, ewig gestrigen Bewohner der inneren Wüste fürchten sich vor der ökologischen Umwälzung. Sie...« »Ich verstehe, Gadean«, sagte Jessica. »Wenn die Würmer verschwinden, existiert auch das Gewürz nicht mehr. Und wenn das Gewürz nicht mehr da ist, was haben wir dann noch, um unsere Position zu halten? Laute der Überraschung. Überall in der großen Halle konnte Jessica die Menschen erschreckt einatmen und flüstern hören. Der Raum warf das Echo mehrfach zurück. Alia zuckte die Schultern. »Das alles ist überflüssiges Geschwätz.« Alphalie hob die Hand, deutete auf Alia und sagte, »Ich spreche mit der Mutter der Feuchtigkeit, nicht mit der Quarantäne.« Alias Hände zuckten zu den Armlehnen ihres Throns, aber sie blieb sitzen. Alphalisa Jessica an. Einst nannte man dies das Land, in dem Nichts wuchs. Jetzt haben wir Pflanzen. Sie vermehren sich wie die Maden auf dem Aas. Es hat selbst am Äquator des Planeten Wolken und Regenfälle gegeben. Regen, Milady. O Mutter Muadibs. So gewiss der Schlaf der Bruder des Todes ist, so ist es der Regen für Arrakis. Er bringt uns allen den Tod. »Wir tun lediglich das, was Muadib und Liet Kainz uns zu tun aufforderten,« protestierte Alia. »Was soll das ganze Gerede? Wir folgen den Worten Liet Kainz, der einst sagte, »Ich wünsche, dass dieser Planet eines Tages von grünen Pflanzen bedeckt sein wird. Und so wird es geschehen.« »Was wird aus den Würmern und dem Gewürz?«, fragte Jessica. »Es wird immer irgendwo etwas Wüste geben,« erwiderte Alia. »Die Würmer werden überleben.« »Sie lügt,« dachte Jessica. »Warum tut sie das?« »Hilf uns, Mutter der Feuchtigkeit,« flehte Alphalie. Mit einem plötzlichen Ruck setzte Jessicas Bewusstsein eine geistige Bewegung in Kraft, als hätten die Worte des alten Naib eine Maschinerie zum Leben erweckt. Es war das Adab, die intuitive Erinnerung, die sich selbst einem Menschen aufdrängte, ohne dass er dazu etwas beitragen musste. Das Adab kam ganz plötzlich über sie und führte ihrem inneren Auge Dinge vor, die sie vor langer, langer Zeit gelernt hatte. Sie ging förmlich in diesem Wissen auf, fühlte sich wie ein Fisch im Netz. Sie gab sich der Erkenntnis hin, setzte ihr keinen Widerstand entgegen. Alia log, weil sie von jemandem beherrscht wurde, dessen Ziel es war, die Atreides zu vernichten. Sie selbst stellte das erste Opfer dar. Also sprach Alphalie die Wahrheit. Wenn der Kurs der derzeitigen ökologischen Umwälzung nicht korrigiert wurde, waren auch die Sandwürmer verloren. Zum Untergang verurteilt. Unter dem Druck dieser Erkenntnis sah Jessica die Bewegungen der Anwesenden wie in Zeitlupe. Die Rolle eines jeden wurde ihr klar. Sie erkannte diejenigen, die dafür zu sorgen hatten, dass sie diesen Saal nicht lebend verließ mit einem Blick. Aber auch der Weg, der ihr die Möglichkeit zur Flucht gab, lag vor ihr, als werde er von Scheinwerfern beleuchtet. Es gab Möglichkeiten, die Leute zu verwirren, sie stolpern zu lassen und dafür zu sorgen, dass sie sich einander im Weg waren, wenn es hart auf hart ging. Und ebenso sah sie die Möglichkeit, dass sie diesen Raum nur verlassen würde, um in die Hände anderer zu fallen. Alia schien sich überhaupt nicht darüber zu sorgen, dass sie mit Jessicas Ermordung eine Märtyrerin schuf. Nein, das Ding, das sie kontrollierte, sorgte sich nicht darum. Jessica nutzte die Gelegenheit der nur für ihr Bewusstsein existierenden Zeitverlangsamung, um sich die Chancen auszurechnen, den alten Naiv zu retten, der für sie als Kurier fungieren konnte. Wie einfach es war. Die Leute, die dort unten standen, erschienen ihr plötzlich wie Possenreißer mit vernagelten Gehirn. Sie hielten die Schultern so, als fürchteten sie sich regelrecht vor einem Angriff, als sehen sie sich schon beiseite gedrängt, zu Skeletten zerfallen. Ihre Körper, ihre Kleider und ihre Gesichter zeigten deutlich an, in welch entsetzlicher Lage sie sich selbst sahen. Dass sie nicht wussten, wer von ihnen mit dem Leben davonkommen würde, wenn das Zeichen kam, sich auf das Opfer zu stürzen. Sie spülte die Unzufriedenheit, die in der Luft hing, seit der alte Naiv von Arrakis gesprochen hatte. Alphalys Stimme erschien ihr plötzlich wie ein Distranz, das auf ihre Seele eingewirkt hatte. Es hatte einen Sinn in ihr geweckt, der lange Zeit geschlafen hatte. Mit einem einzigen Augenzwinkern kehrte Jessica von der verlangsamten Welt des Adab in die Realität zurück, in der wieder Bewegung herrschte. Aber es war nicht mehr die gleiche Welt, die sie einen Sekundenbruchteil zuvor verlassen hatte. Als Aliyah anstalten machte, etwas zu sagen, fuhr Jessica dazwischen. Ruhe! Und sie fuhr fort. Es gibt Leute, die es fürchten, dass ich zurückgekommen bin, ohne Vorbehalte gegen die Schwesternschaft zu haben. Aber seit dem Tag, an dem die Fremen mir und meinem Sohn das Leben schenkten, bin ich stets einer der ihren gewesen. Und sie verfiel in die Sprache, die nur jenen in diesem Raum etwas gab, die sie verstanden. Und zwar akhaka, seliman av maslomen. Helft eurem Bruder in dem Moment, in dem er Hilfe benötigt. Egal, ob ihr wisst, warum oder nicht. Ihre Worte riefen genau den Effekt hervor, den sie sich gewünscht hatte. Unmerklich veränderten einige der Anwesenden ihre Position. Aber dennoch fuhr Jessica laut fort. Guardian Al-Fali, ein ehrenwerter Fremen, ist zu mir gekommen, um mir von Dingen zu berichten, die andere mir längst hätten offenbaren sollen. Niemand sollte dies in Abrede stellen. Die ökologische Umwälzung ist zu einer Kraft geworden, die unserer Kontrolle nicht mehr unterliegt. Sie sah, dass man ihr quer durch den Raum wortlos zustimmte. Und meine Tochter ist darüber erfreut, sagte Jessica. Mektub al-Mela. Du reißt Wunden in mein Fleisch und bestreust sie mit Salz. Warum haben die Atreides hier eine Heimat gefunden? Weil die Mualata für uns etwas Natürliches war. Für die Atreides war die Regierungsgewalt stets eine allumfassende Partnerschaft. Die gleiche Mualata, die auch den Fremen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und jetzt schaut sie an, Jessica deutete auf ihre Tochter. Nachts, wenn sie allein ist und über ihre Untaten nachdenkt, lacht sie sich über die eigene Bosheit ins Fäustchen. Die Gewürzproduktion wird auf den Nullpunkt herabfallen. Bestenfalls wird sie sich bei einem Bruchteil der früheren Erträge einpendeln. Und wenn davon ein Wort nach außen dringt, wir stellen das unbezahlbarste Produkt des ganzen Universums her, schrie Alia. Aber nicht mehr lange, rief Jessica zornig. Die Plätze in der Hölle sind jetzt schon für uns reserviert. Alia fiel unerwartet in den ältesten Schakobser Dialekt zurück. Er war nur den Atreides geläufig und wurde seit langer Zeit von ihnen als Geheimsprache benutzt. Jetzt bist du über alles im Bilde, Mutter. Du hast wohl nicht erwartet, dass sich eine Enkelin des Barons Harkonnen gegen all die Eingriffe in ihr Leben zur Wehr setzen würde. Wie? Als mir klar wurde, was du mir schon vor meiner Geburt angetan hast, brauchte ich mich nur noch zu fragen, was der Baron an meiner Stelle dagegen unternommen hätte. Und er antwortete mir. Verstehst du, Atreides Weib? Er antwortete mir. Das Gift, das Alia nun verspritzte, beseitigte den letzten ihrer Zweifel. Sie war besessen. Alia war überwältigt worden, befand sich im Besitz jenes Prototyps des Bösen, das einst den Namen Wladimir Harkonnen getragen hatte. Es war jetzt der Baron selbst, der mit ihrem Mund sprach, ohne sich darum zu kümmern, was er damit verriet. Er wollte, dass sie seine Rache mit ansah, wollte, dass sie sich völlig klar darüber wurde, dass es keine Möglichkeit mehr gab, ihm zu entkommen. Ich muss so tun, als wüsste ich weder ein noch aus, dachte Jessica, damit er nicht misstrauisch wird. Im gleichen Moment konzentrierte sie sich auf den Weg, den das Adab ihr gezeigt hatte, und schrie, Fedeikin, folgt mir! Es stellte sich heraus, dass sechs Fedeikin unter den Anwesenden waren. Sie reagierten blitzartig. Es gelang Fünfen davon, mit ihr den Raum zu verlassen. Wenn ich schwacher bin als du, bitte ich dich um Frieden, weil das deinen Prinzipien nicht widerspricht. Bin ich aber stärker als du, breche ich deinen Frieden, weil das meinen Prinzipien entspricht. Worte eines frühzeitlichen Philosophen von Hark al-Adda einem gewissen Louis Veillon zugeschrieben. Leto beugte sich aus dem geheimen Siege-Ausgang und schaute auf die Klippenausbuchtung, die sich über ihm auftürmte, soweit ihm das sein begrenzter Blickwinkel erlaubte. Es war bereits später Nachmittag, und das auf die Klippen einfallende Sonnenlicht warf lange Schatten. Ein Skelettschmetterling bewegte sich dazwischen. Seine Flügel waren transparent und wirkten, wenn das Licht auf sie fiel, wie aus feinster Seide gefertigt. Das Tier gefiel ihm, stellte er fest. Leto direkt gegenüber lag der Aprikosengarten, in dem sich derzeit einige Kinder aufhielten, die damit beschäftigt waren, das Fallobst aufzusammeln. Hinter dem Garten war der Quannat. Es war ihm und gar niemals gelungen, den Wächtern während des allgemeinen Gewürz, das eine in den Siege zurückkehrende Gruppe von Arbeitern verursacht hatte, zu entwischen. Es war eine relativ einfache Sache gewesen, sich einen Weg durch die Luftkanäle zu bahnen, die zu den mit Stufen ausgestatteten Geheimausgängen führten. Jetzt brauchten sie sich nur noch zwischen die Kinder zu mischen, den Weg zum Quannat zurückzulegen und in dem Tunnel unterzutauchen. Das taten sie am besten, indem sie neben dem Raubfisch herschwammen, der das Wasser von Sandforellen freihielt. Kein Främen käme je auf die Idee, dass ein Mensch es wagen würde, das Risiko einzugehen, im Wasser zu versinken. Leto verließ sein Versteck. Die Klippen zu beiden Seiten schienen zuerst zurückzuweichen. Dann wurden sie immer höher. Ghanima war direkt hinter ihm. Sie trugen Fruchtkörbe aus Gewürzfaser und darin verhüllte Pakete, die Überlebenssätze, Maulerpistolen, Christmesser und die neuen Kleider enthielten, die Fadadden geschickt hatte. Ghanima folgte ihrem Bruder in den Garten, der voller Kinder war. Destillanzugmasken verbargen ihre Gesichter. Hier würden sie lediglich als zwei Kinder unter vielen gelten und dennoch spürte sie deutlich, wie die Spannung ihr zu schaffen machte. Sie hatten einen geschützten Bereich verlassen und dabei einen alten Trick angewandt, wie einfach doch dieser Schritt gewesen war, der sie einer Gefahr entgehen ließ und automatisch in die nächste hineinführte. Die neuen Kleider, die Fadden geschickt hatte und nun in Netzen verhüllt lagen, dienten einer Sache, die sie beide sofort verstanden hatten. Ghanima hatte diese Erkenntnis noch zusätzlich dadurch manifestiert, dass sie in Chakopsa über jedem, der auf den Anzügen befestigten Falkenembleme, die Worte »Wir teilen« einnähte. Bald würde es dunkel werden und jenseits der kultivierten Zone, die zum Siedstabber gehörte, würde sich ein Halblicht etablieren, das eine Eigenheit der Wüste darstellte und jedem einsamen Wanderer signalisierte, dass er sich in ein Universum begab, in dem er ganz allein existierte. »Man hat uns gesehen«, flüsterte Ghanima plötzlich und tat so, als knie sie sich hin, um neben ihrem Bruder zu arbeiten. »Wächter?« »Nein, andere.« »Gut.« »Wir müssen verschwinden«, sagte sie. Leto setzte dies in die Tat um, indem er das Klippengebiet hinter sich ließ und sich in den Garten hineinbewegte. Mit den Gedanken seines Vaters dachte er, entweder man bewegt sich in der Wüste oder man kommt um. Weit draußen im Sand konnte er die spitze Erhebung des Begleiters erkennen, der ihn daran erinnerte, in ständiger Bewegung zu bleiben. Die Felsen lagen wie gewohnt wachsam und geheimnisvoll da, und nur der Sand, der über sie hinwegfloss, fraß an ihrer Substanz. Irgendeines Tages würde auch der Begleiter zu Sand werden. Als sie sich dem Granat näherten, hörten sie von einem erhöhten Siege-Ausgang Musik. Es war eine Gruppe, die altmodische Klänge auf eben solchen Instrumenten erzeugte. Flöten, Tambourins und Trommeln, die mit Fällen irgendeines Tieres bezogen waren, ohne dass sich je jemand Gedanken darüber gemacht hatte, welches Tier genügend Haut lieferte, dass es zu einem solchen Verwendungszweck ausreichte. Still gar wird sich an das, was ich ihm in der Spalte des Begleiters erzählt habe, erinnern, dachte Leto. Er wird, wenn es dunkel wird, herauskommen. Dann wird es zu spät sein. Aber er wird alles verstehen. Dann waren sie am Granat. Sie schlüpften in eine offene Röhre, stiegen die Inspektionsleiter hinab und erreichten den Bedienungs-Sims. Es war düster, feucht und kalt hier unten und irgendwo hörten sie die plätschernden Geräusche, die der Raubfisch erzeugte. Jede Sandforelle, die es wagte, hier einzudringen, würde dem Fisch zum Opfer fallen. Es war auch für die Menschen am besten, wenn sie ihm aus dem Wege gingen. Vorsichtig, sagte Leto und bewegte sich an dem schlüpfrigen Vorsprung hinab. Er konzentrierte seine Sinne auf Zeiten und Orte, die er niemals zuvor gesehen hatte. Ghanima folgte ihm. Als sie das Ende des Granats erreicht hatten, zogen sie ihre Destellanzüge aus und schlüpften in die mitgebrachten Kleider. Bevor sie durch die nächste Inspektionsröhre wieder an die Oberfläche kletterten, ließen sie ihre alten Roben zurück. Wie Würmer bahnten sie sich einen Weg über die nächste Düne und glitten an der Seite, die man vom Siege aus nicht sehen konnte, wieder hinunter. Dort blieben sie sitzen, legten die Maulerpistolen und Kreismesser an und warfen die Überlebenssätze über die Schultern. Die Musik war hier schon nicht mehr zu hören. Leto stand auf und schlug den Weg ein, der zwischen den Dünen entlang führte. Ghanima nahm seinen Schritt auf. Ohne das kleinste rhythmische Geräusch bewegten sie sich auf dem offenen Sand. Hinter jedem Dünenkamm, den sie kreuzten, verhielten sie sich still und schauten auf den Weg zurück, den sie gekommen waren. Aber bis jetzt schien noch niemand bemerkt zu haben, dass sie fehlten. Selbst als sie die Nähe der Felsen erreichten, war weit und breit kein Verfolger zu erblicken. Im Schatten der Felsen arbeiteten sie sich um den Begleiter herum und erklommen einen Vorsprung, der ihnen einen Ausblick auf die Wüste ermöglichte. Die Bläd schien in weiter Ferne in Farben getaucht zu sein. Die sich langsam verdunkelnde Umgebung wirkte wie zerbrechliches Kristall. Die Landschaft, über die ihre Blicke schweiften, kannte weder Mitleid noch Zögern. Sie war unendlich und es war unmöglich, auf sie hinabzusehen und nur ein bestimmtes Detail im Auge zu behalten. Der Horizont der Ewigkeit, dachte Leto. Ghanima schmiegte sich an ihren Bruder und dachte, sie werden uns bald angreifen. Sie achtete auf die kleinsten Geräusche. Ihr ganzer Körper war darauf ausgerichtet, die Signale der Gefahr aufzunehmen. Leto befand sich in der gleichen alarmierten Stimmung. Er war sich jetzt der Kulmination jeglicher Ausbildungen, die jene, deren Erinnerungen nun die seinen waren, genossen hatten, voll bewusst. In einer Wildnis wie dieser war man dazu gezwungen, sich auf seine gesamten Sinne zu verlassen. Das Leben wurde zu einem Hort angesammelter Empfindungen und jeder Einzelne war darauf fixiert, für den Moment zu überleben. Ghanima kletterte plötzlich auf einen Stein und spähte durch eine kleine Spalte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Die Sicherheit des Sieges, die sie bisher umgeben hatte, schien in weiter Ferne zu liegen. Jetzt waren sie lediglich von rotbraunen, mit Sand bedeckten Felsen umgeben, die lediglich einen visuellen Schutz gegen Angriffe auf ihr Leben boten. Noch immer keine Anzeichen etwaiger Verfolger. Die letzten Sonnenstrahlen erzeugten Silberstreifen am Himmel. Ghanima kam zurück an Letos Seite. Es wird ein Raubtier sein, sagte er. Dahin bin ich mit meinen Berechnungen gekommen. Ich glaube, du hast mit deinen Berechnungen zu früh aufgehört, meinte Ghanima. Es wird nicht nur ein einzelnes Tier sein. Das Haus Corino hat mittlerweile gelernt, das Wasser nicht nur auf einer einzigen Flamme zu kochen. Leto nickte zustimmend. Die Anzahl der Leben, die für seine Andersartigkeit verantwortlich war, lastete plötzlich schwer auf seinem Bewusstsein. Es waren alle Leben, die die Seinen gewesen waren, bevor er geboren wurde. Es war, als hätte er das Leben satt und wollte nur noch vor seinem eigenen Bewusstsein flüchten. Seine Innenwelt war wie ein gieriges Ungeheuer, das es darauf anlegte, ihn zu verschlingen. Ruhelos erhob er sich und warf einen Blick durch die Spalte, an der vor kurzer Zeit noch Ghanima gestanden hatte. Er sah die Klippen des Siege und darunter den Lauf des Quarnat, der sich zwischen Leben und Tod dahin schlängelte. Am Rand der Oase erblickte er Beifußgewächse und Zwiebelgras, Federgras und wildes Alfalfa. Dazwischen trieben sich, die letzten Sonnenstrahlen ausnutzend, Vögel herum, die sich bemühten, die letzte Saat aufzupicken. Der Wind bewegte leicht die Zweige der Sträucher, die nun beinahe völlig im Schatten lagen und sich immer näher auf die Garten hin ausbreiteten. Die Bewegung der Schatten machte ihn darauf aufmerksam, dass sich in ihrem Schutz Gefahren bewegen konnten, die genauso ernst zu nehmen waren wie ein plötzlicher Regenfall im Gebiet eines Wurms. Was wird hier draußen geschehen? fragte er sich. Und ihm wurde klar, dass entweder der Tod in wahrer Gestalt oder als Fiktion zu ihm kommen würde. Ghanima würde diejenige sein, die zurückkehrte und an die Realität dessen, was sie gesehen hatte, wirklich glauben würde. Nichts. Nicht einmal die geschickteste hypnotische Befragung würde zu erkennen geben, dass sie gar nicht wusste, wovon sie redete. Die vielen Unbekannten, mit denen Leto an diesem Ort rechnen musste, bedrückten ihn. Er dachte darüber nach, wie leicht es doch war, sich dem Verlangen der hellseerischen Gabe zu unterwerfen, einfach das Risiko einzugehen, seine Sinne in die Zukunft auszustrecken, um zu erfahren, wie das unausweichliche Ende aussah. Aber die kleine Vision während des Traums war schlimm genug gewesen. Er war sich darüber im Klaren, dass er das Risiko einer Größeren niemals eingehen durfte. Er kehrte sogar niemals zurück. Bisher verfolgt uns noch niemand, sagte er. Die Tiere, die sie auf uns setzen, werden groß sein, erwiderte Ghanima. Möglicherweise werden wir genügend Zeit haben, um zu sehen, wie sie sich uns nähern. Nicht, wenn sie in der Nacht kommen. Es wird bald dunkel sein, sagte sie. Ja, es wird Zeit, dass wir an unseren Platz gehen. Leto deutete auf die Felsen zu ihrer Linken, in die der vom Wind getriebene Flugsand einen schmalen Spalt in den Basalt gefressen hatte. Er war groß genug, sie beide aufzunehmen, aber zu klein, um irgendwelchen größeren Geschöpfen Zugang zu gewähren. Obwohl Leto es persönlich vorgezogen hätte, im Freien zu bleiben, wusste er, dass es besser war, dies nicht zu tun. Er hatte Stilgar diese Stelle gezeigt. Vielleicht bringen sie uns wirklich um. sagte er. Wir müssen diese Chance nutzen, sagte Ghanima. Das schulden wir unserem Vater. Ich bestreite das nicht. Und er dachte, dies ist der richtige Weg. Was wir tun, ist richtig. Aber gleichzeitig wusste er, wie gefährlich es war, in diesem Universum Recht zu haben. Ihr Überleben hing jetzt von ihrer Energie und Kraft ab. Ebenso war es wichtig, die gegebenen Begrenzungen, die einen jeder einzelne Moment unter Warf zu erkennen. Es war das Beste, wie ein Främen zu handeln und das Wissen der Bene Gesserit als zusätzliche Kraft bereit zu halten. Sie begannen beide, wie von den Atreides ausgebildete Kampfveteranen zu denken, die über keine anderen Abwehrmethoden verfügten, als jene Zähigkeit, die jeden Främen auszeichnete. Leto tastete nach dem Griff des vergifteten Christmessers, das an seiner Hüfte baumelte. Instinktiv tat Ghanima es ihm gleich. Sollen wir jetzt hinuntergehen? Fragte sie. Im gleichen Moment, in dem sie dies sagte, nahm sie tief unter sich eine Bewegung wahr. Ohne dass sie ein Wort zu sagen brauchte, verstand Leto ebenfalls. Sie brauchten einander nicht zu warnen. Tige, sagte er. Lazar Tige, korrigierte sie ihn. Sie sehen uns, sagte Leto. Wir beeilen uns besser, sagte Ghanima. Eine Maulerpistole kann diese Ungeheuer nicht aufhalten. Man wird sie für diese Aktion programmiert haben. Irgendwo in der Nähe muss sich jemand aufhalten, der sie steuert, gab Leto zu bedenken und führte sie über den Weg zu ihrer Linken. Ghanima war seiner Meinung, aber sie sagte nichts, um Kraft zu sparen. Irgendwo in der Nähe musste sich ein Mensch aufhalten. Es war unmöglich, dass man die beiden Tiger so lange frei herumlaufen ließ, bis sie einen günstigen Moment erwischten. Unter den allerletzten Sonnenstrahlen bewegten sich die beiden Tiger mit zielbewusster Schnelligkeit vorwärts. Sie überwandten Felsen um Felsen. Sie waren Kreaturen, die auf das Visuelle fixiert waren und sobald es Nacht wurde, kam die Zeit derjenigen, deren Gehör trainiert war. Der Schrei eines Nachtvogels, der es sich auf der Spitze des Begleiters bequem gemacht hatte, machte deutlich, dass die Nacht nicht mehr fern war. Überall in den Felswänden und Spalten machten sich die Geschöpfe der Finsternis bereit zur Jagd. Dennoch waren die Tiger die einzigen, die für die Zwillinge sichtbar blieben. Mit mächtigen Sprüngen enthetzten sie über das Geröll. Jede ihrer Bewegungen strahlte absolute Sicherheit aus. Leto fühlte, dass er über diesen Ort nur gestolpert war, weil er dazu diente, ihn von seiner Seele zu befreien. Er rannte mit der sicheren Gewissheit, dass Ghanima und er ihr Versteck noch erreichen konnten und konnte dennoch nicht widerstehen, einen faszinierten Blick auf die sie verfolgenden Ungeheuer zurückzuwerfen. Ein Fehltritt, dachte er, und wir sind verloren. Der Gedanke reduzierte seine Selbstsicherheit beträchtlich und er begann schneller zu laufen. Ihr Bene Gesserit nennt die Aktivitäten eurer Panoplea Prophetica religiöse Wissenschaft. Schön und gut. Ich, der ich nach einer anderen Art von Wissenschaftlern suche, glaube, dass diese Definition dennoch zutreffend ist. Denn in der Tat bemüht ihr euch, eure eigenen Mythen zu knüpfen, wie jede andere Gesellschaft auch. Trotzdem muss ich euch warnen. Ihr benehmt euch wie viele andere fehlgeleitete Wissenschaftler. Eure Aktionen offenbaren, dass ihr beabsichtigt, dem Leben etwas zu nehmen. Es ist an der Zeit, euch daran zu erinnern, was ihr so oft erklärt, dass man nicht irgendeine Sache ohne ihre Kehrseite betrachten kann. Der Prediger in Araken, eine Botschaft an die Schwesternschaft. In der Stunde vor dem Morgengrauen saß Jessica reglos auf einem abgewetzten Teppich aus Gewürzfaser. Sie umgaben die nackten Felswände einer alten und arm gebliebenen Siegegemeinschaft. Das Höhlensystem hier gehörte zu den ersten, die je besiedelt worden waren, seit die Fremen auf Arrakis Fuß gefasst hatten. Er lag unterhalb des Randes der roten Kluft, die sie vor den westlichen Ausläufern der Wüste abschirmte. Es waren Al-Fali und seine Brüder gewesen, die sie hierher gebracht hatten. Jetzt warteten sie auf Nachricht von Stilgar. Was die Kommunikation mit ihm anbetraf, so waren die Fidaikin mit außergewöhnlicher Vorsicht zu Werke gegangen. Niemand, nicht einmal Stilgar, durfte ihren derzeitigen Aufenthaltsort erfahren. Die Fidaikin waren bereits darüber informiert, dass man sie eines Prozessverbal, eines angeblichen Verbrechens, gegen das Imperium bezichtigte. Alia hatte zudem das schäbige Gerücht in die Welt gesetzt, ihre Mutter habe sich als Werkzeug feindlicher Randgruppen entlarvt, auch wenn der Name der Bene Gesserit bisher nicht gefallen war. Obwohl Alias tyrannische Macht vor den Toren dieses Sieges Halt gemacht hatte, musste noch eine wichtige Frage geklärt werden. Kontrollierte Alia, weil sie die Macht über ihre Priester besaß, auch die Fremen? Jessicas Botschaft an Stilgar war direkt und einfach gewesen. Meine Tochter ist besessen und muss vor ein Gericht gestellt werden. Aber Befürchtungen wie diese störten das Währungsgefüge. Man wusste bereits, dass eine ganze Reihe von Fremen schon deswegen derartigen Beschuldigungen nicht glauben würde. Der Versuch, diese Anklage als Geleitbrief zu benutzen, hatte während der Nacht zu zwei Kämpfen geführt. Dennoch war es den Flüchtlingen gelungen, Ornithopter zu stehlen und damit in die Sicherheit des Sieges rote Kluft zurückzukehren. Man hatte sofort eine Botschaft an alle Fidaikien ausgesandt, aber diejenigen, die sich derzeit auf Arrakis aufhielten, waren weniger als 200. Der weitaus größte Teil war damit beschäftigt, auf irgendwelchen Planeten des Imperiums Posten zu stehen. Als sie all das miteinander in ein Verhältnis gebracht hatte, fragte Jessica sich, ob sie zum Ort ihres Todes zurückgekehrt war. Einige der Fidaikien glaubten dies, aber die Todeskommandos akzeptierten ihrer Meinung nach solcher abergläubischen Dinge immer zu schnell. Als einige der jüngeren Männer ihre Befürchtungen artikulierten, hatte Alphalie lediglich gegrinst. Wenn Gott es einer bestimmten Kreatur auferlegt, an einem bestimmten Platz zu sterben, berücksichtigt er den Wunsch eben dieser Kreatur, sie auch dorthin zu geleiten, hatte der alte Naib gesagt. Die gepflegten Vorhänge am Eingang raschelten. Alphalie trat ein. Das von der Sonne versenkte und ausgetrocknete Gesicht des Mannes erschien ihr müde. Seine Augen leuchteten fiebrig. Es war ihm anzusehen, dass er noch nicht geschlafen hatte. Jemand kommt, meldete er. Von Stilgar? Vielleicht. Er senkte den Blick und sah nach links, ganz in der Art alter Främen, die eine schlechte Nachricht zu übermitteln hatten. Was ist los? verlangte Jessica zu wissen. Wir haben vom Seed Stabber die Nachricht erhalten, dass ihre Enkelkinder verschwunden sind. Er sprach, ohne sie anzusehen. Alia, sie hat die Anweisung gegeben, dass die Kinder sofort ihr persönlich unterstellt werden sollen. Aber Seed Stabber berichtet, dass sie nicht mehr dort sind. Das ist alles, was wir wissen. Stilgar hat sie in die Wüste geschickt, sagte Jessica. Möglicherweise. Man weiß aber, dass er persönlich die ganze Nacht nach ihnen gesucht hat. Vielleicht hat er das aber auch nur vorgetäuscht. Das ist nicht seine Art, entgegnete Jessica und dachte, wenn die Zwillinge ihn nicht dazu aufgefordert haben. Aber auch dieser Gedanke schien ihr nicht zu stimmen. Sie wunderte sich über sich selbst. In ihr war überhaupt kein Gefühl irgendwelcher Panik. Die Befürchtungen, die sie eigentlich um das Leben der Zwillinge hätte haben müssen, wurden durch das, was Ghanima ihr offenbart hatte, sichtlich gedämpft. Sie blickte auf und stellte fest, dass Alphali sie eingehend studierte. Sie las Mitleid in seinen Augen. Sie sagte, die beiden sind von selbst in die Wüste hinausgegangen. Allein? Diese beiden Kinder? Sie konnte sich nicht darauf einlassen, jetzt zu erklären, dass diese beiden Kinder mit Sicherheit mehr vom Überleben in der Wüste wussten, als die meisten lebenden Fremen. Stattdessen erinnerte sie sich an das seltsame Verhalten Letos, als er darauf bestanden hatte, dass sie sich dazu bereit erklärte, sich entführen zu lassen. Sie hatte den Gedanken zuerst beiseite schieben wollen, aber dieser Augenblick schien geradezu nach ihm zu verlangen. Leto hatte gesagt, sie würde den Moment, an dem sie seiner Anweisung folgen würde, von allein erkennen. Der Kurier sollte jetzt angekommen sein, sagte Alphali. Ich werde ihn zu ihnen bringen. Er verschwand wieder hinter dem ärmlich aussehenden Vorhang. Jessica starrte das Stück Stoff an. Es war aus roter Gewürzfaser gemacht, aber die Flicken waren blau. Es ging die Geschichte um, dass dieser Stamm sich geweigert hatte, aus Muadibs Religion Kapital zu schlagen und sich deswegen der Feindschaft von Alias Priesterschaft aussetzte. Den Berichten zufolge hatten die Leute hier ihr Kapital in ein Verfahren gesteckt, das aus Hunden Pony große Geschöpfe machen sollte, die herangezüchtet wurden, um Kinder zu behüten. Sie waren alle gestorben. Man behauptete, sie seien vergiftet worden und dass die Priesterschaft dahinter steckte. Um den Gedanken daran loszuwerden, schüttelte Jessica den Kopf. Es war nicht einfach, sich auf Dinge zu konzentrieren, die in diesem Augenblick wichtiger waren. Wohin waren die Kinder gegangen? Nach Yakuruto? Sie hatten also etwas vorgehabt? Sie versuchten mich bis zu einem gewissen Grad zu informieren. Sie sind so weit gegangen, wie sie glaubten, sich mir verständlich machen zu können. Erinnerte sie sich. Erst als sie die Grenzen erkannt hatten, denen sie unterworfen war, hatte Leto ihr einfach befohlen, ihm zu gehorchen. Er hatte ihr etwas befohlen. Leto hatte zweifellos gewusst, was Aliyah plante. So viel wurde ihr jetzt klar. Beide Zwillinge hatten davon gesprochen, dass sich ihre Tante in Not befand, selbst wenn sie sie angriffen. Aliyah hatte mit ihrer Rechthaberei ihre Position innerhalb der Regentschaft aufs Spiel gesetzt. Dass die Zwillinge vor ihr auf der Hut waren, war überdeutlich gewesen. Ein plötzlicher Lachanfall schüttelte Jessica. Die ehrwürdige Mutter, Gaius Helen Moyam, war niemals müde geworden, ihrer Schülerin diesen bekannten Fehler wiederholt vor Augen zu führen. Wenn man sich stets darauf konzentriert, als einziger Recht zu haben, lädt man die Kräfte der Opposition geradezu ein, einen zu überrennen. Dies ist ein oft gemachter Fehler. Selbst ich, deine Lehrerin, war davor nicht gefeit. Und selbst ich, deine Schülerin, flüsterte Jessica, habe ihn begangen. Jenseits des Vorhangs hörte sie das Rascheln von Stoff. Zwei junge Främen betraten den Raum. Sie gehörten zu den Leuten, die noch in der vergangenen Nacht zu ihnen gestoßen waren. Sie fühlten sich in der Gegenwart von Mordiebs Mutter sichtlich beeindruckt. Jessica durchschaute beide sofort. Sie waren Männer der Tat, die sich jeder Kraft anschlössen, die bereit war, ihnen eine Identität zu vermitteln. Ohne ihren Zuspruch waren sie leere Hüllen, was aber nicht bedeutete, dass sie dann ungefährlicher waren. Alphalie schickte uns, um sie vorzubereiten, sagte einer der jungen Männer. Jessica fühlte, wie sich ihre Brust spontan verengte und fragte mit einer Stimme, der man nicht die geringste Unsicherheit anmerkte. Vorbereiten? Worauf? Stilgar hat Duncan Idaho als seinen Kurier gesandt. Jessica zog die Kapuze ihrer Abba über den Kopf, ohne sich dessen bewusst zu sein. Duncan? Aber er war doch Alias Werkzeug. Der Främen, der zu ihr gesprochen hatte, machte einen halben Schritt vorwärts. Idaho sagt, er sei gekommen, um sie in Sicherheit zu bringen, aber Alphalie versteht nicht, wie er das machen will. Es sieht seltsam aus, in der Tat, gab Jessica zurück. Aber in unserem Universum geschehen noch seltsamere Dinge. Lasst ihn herein. Die beiden jungen Männer blickten einander kurz an, dann gehorchten sie und verließen den kleinen Raum mit einer solch heftigen, gemeinsamen Bewegung, dass sie ein weiteres Loch in den Vorhang rissen. Idaho betrat die Kammer. Die beiden Främen und Alfali folgten ihm. Sie hielten die Hände auf ihren Messern. Idaho schien gelassen zu sein. Er trug die Kleidung eines Leibwächters der Atreides. Eine Uniform, die sich seit mehr als 14 Jahrhunderten nicht geändert hatte. Lediglich der Planet Arrakis hatte dafür gesorgt, dass man das früher übliche Plastalschwert durch ein Christmesser ersetzt hatte. Aber dies war auch die einzige kleine Änderung. Man sagt mir, dass sie mir helfen wollen, sagte Jessica. So verrückt sich das auch anhören mag, erwiderte Idaho und nickte. Aber hat Alia nicht den Plan gehabt, dass sie mich entführen sollen? fragte Jessica. Das Anheben seiner Augenbrauen war das einzige Anzeichen seiner Überraschung. Die facettenartigen Kleilaxo-Augen sahen sie fortgesetzt und intensiv an. So lautete mein Befehl, erwiderte Idaho. Die Knöchel der Hand, die Alfalis Messer umklammert hielten, wurden weiß. Aber er zog nicht. Ich habe einen Großteil der letzten Nacht damit verbracht, darüber nachzudenken, welche Fehler ich an meiner Tochter begangen habe, sagte Jessica. Es waren viele, bestätigte Idaho. Und es gibt sogar eine ganze Reihe, die ich begangen habe. Sie sah plötzlich, dass seine Kinnmuskeln zitterten. Es war leicht, die Punkte herauszufinden, die uns beide in die Irre trieben, sagte Jessica. Ich wollte diesen Planeten verlassen. Sie, sie wollten ein Mädchen, in dem sie hauptsächlich eine jüngere Version von mir erblickten. Er nahm es hin, ohne etwas zu sagen. Wo sind meine Enkelkinder? fragte Jessica plötzlich mit rauer Stimme. Idaho schwieg. Schließlich sagte er, Stilgar ist der Ansicht, dass sie sich in der Wüste versteckt haben. Möglicherweise haben sie diese Krise vorausgesehen. Jessica blickte kurz Alphalie an, der nickend anerkannte, dass sie recht gehabt hatte mit ihrer Vermutung. Was tut Alia derzeit? fragte sie Idaho. Sie legt es auf einen Bürgerkrieg an. Glauben Sie, dass es so weit kommen wird? Idaho zuckte die Schultern. Möglicherweise nicht. Die Zeiten haben sich geändert, sie sind weniger hart. Es gibt immer mehr Leute, die bereit sind, sich einen munteren Streit anzuhören. Einverstanden, sagte Jessica. Aber was wird aus meinen Enkelkindern? Stilgar wird sie finden, falls. Ja, ich verstehe. Die Sache musste also schnellstens von Görne Halleck in die Hand genommen werden. Jessica wandte sich um und warf einen Blick auf die Felswand zu ihrer Linken. Alia greift also zur Macht. Sie sah Idaho an. Verstehen Sie? Man benutzt die Macht, indem man sie sich einfach nimmt. Wer zu hart die Finger nach ihr ausstreckt, wird von ihr übernommen und so zu ihrem Opfer. Wie mein Herzog zu sagen belebte, erwiderte Idaho. Irgendwie wusste Jessica, dass sie ihren Leto meinte. Nicht Paul. Sie fragte, wohin soll ich gebracht werden? Nach der Entführung. Idaho schaute auf sie herab, als versuche er mit seinem Blick die Schatten zu durchdringen, die die Kapuze auf ihr Gesicht warf. Alphalie drängte sich nach vorne. Milady, Sie werden doch nicht ernsthaft daran denken. Ist es nicht mein Recht, mir mein Schicksal selbst zu wählen? fragte Jessica. Aber dieser Alphalies Kopf deutete auf Idaho. Bevor Alia geboren wurde, war dieser Mann mein loyaler Leibwächter, sagte Jessica. Bevor er starb, rettete er mir und meinem Sohn das Leben. Es ist bei den Atreides immer Brauch gewesen, unseren Freunden gegenüber dankbar zu sein. Dann wollen Sie also mit mir gehen? fragte Idaho. Wohin wollen Sie sie bringen? fragte Alphalie. Es ist besser, wenn Sie das nicht erfahren, meinte Jessica. Alphalie runzelte die Stirn, sagte aber nichts. Sein Gesicht zeigte Unentschlossenheit. Sicher glaubte er Jessicas Worten, aber er schien sich insgeheim dennoch zu fragen, ob er Idaho über den Weg trauen konnte. Was wird es den Fedeikin, die mir geholfen haben? fragte Jessica. Sie haben Stilgas Unterstützung, wenn Sie es schaffen, sich bis nach Taber durchzuschlagen, entgegnete Idaho. Jessica blickte Alphalie an und sagte Ich möchte, dass Sie dahin gehen, mein Freund. Solange Stilga sich auf der Suche nach meinen Enkelkindern befindet, kann er jeden Fedeikin dringend gebrauchen. Der alte Naib senkte den Blick. Wie Moadibs Mutter befiehlt. Er gehorcht immer noch Paul, dachte sie. Wir sollten zusehen, dass wir schnellstens von hier fortkommen, sagte Idaho. Man wird auch diesen Ort durchsuchen und zwar sehr schnell. Jessica schob sich nach vorne und stand mit der katzenhaften Geschmeidigkeit einer Bene Gesserit auf, die trotz fortgeschrittenen Alters noch nichts von ihrer Behändigkeit verloren hatte. Und nach dieser Nacht der Flucht fühlte sie sich wirklich alt. Jede ihrer Bewegungen erinnerte sie an das letzte Gespräch mit ihrem Enkel. Was hatte er wirklich vorgehabt? Sie schüttelte den Kopf und verdeckte diese Bewegung gleichzeitig dadurch, indem sie die Kapuze richtete. Wie leicht es doch war, sich selbst zu narren, indem man Leto unterschätzte. Wer daran gewohnt war, mit gewöhnlichen Kindern zusammenzuleben, kam auch, was die Zwillinge anbetraf, automatisch zu Fehlschlüssen. Idahos Pose zog ihren Blick auf sich. Er stand da, als sei er auf jede Art von Gewalt vorbereitet. Einer seiner Füße stand vor dem anderen. Das war genau die Stellung, die sie selbst ihm einst beigebracht hatte. Jessica warf einen kurzen Blick auf die beiden jungen Fremen, dann auf Alphalie. Der Naib zweifelte immer noch an Idaho und die beiden anderen schienen dies zu spüren. Ich vertraue diesem Mann mein Leben an, sagte Jessica zu Alphalie. Und ich tue das nicht zum ersten Mal. Milady, protestierte Alphalie. Es ist nur wegen... Er schaute Idaho kurz an. Er ist der Ehemann der Koanthen. Er wurde von meinem Herzog und mir ausgebildet, erwiderte sie. Aber er ist ein Gola, stieß Alphalie hervor. Der Gola meines Sohnes, erinnerte Jessica ihn. Das war zu viel für den ehemaligen Fidaikin, der einst geschworen hatte, für Moadip sein Leben herzugeben. Er seufzte, trat beiseite und bedeutete seinen beiden jungen Begleitern den Vorhang zu öffnen. Jessica verließ den Raum. Idaho folgte ihr. Sie wandte sich noch nicht einmal um und sagte zu dem auf der Schwelle stehenden Alphalie, ihr solltet zu Stilgar gehen. Er ist vertrauenswürdig. Ja. Aber die Zweifel waren immer noch nicht aus seiner Stimme verschwunden. Idaho berührte Jessicas Arm. Wir sollten jetzt gehen. Gibt es noch irgendetwas, das Sie mitzunehmen wünschen? Nur meinen gesunden Menschenverstand, erwiderte Jessica. Warum das? Glauben Sie, einen Fehler zu begehen? Sie schaute zu ihm auf. Sie waren immer der beste Topter-Pilot, der in unseren Diensten stand, Danken. Die Antwort schien ihn nicht zu amüsieren. Er ging vor ihr her durch den gleichen Gang, durch den er auch gekommen war. Alpha Lee marschierte neben Jessica und fragte plötzlich, woher wissen Sie, dass er mit einem Topter kam? Er trägt keinen Destillanzug. Irgendwie schien den alten Naiv diese einfache Beobachtung verlegen zu machen. Dennoch schien nicht bereit zu sein, auf das letzte Wort zu verzichten. Unser Kurier brachte ihn geradewegs von Stilgar's Siege hierher. Vielleicht hat man sie gesehen. Hat man euch gesehen, Duncan? fragte Jessica Idaho. Sie sollten das besser wissen, erwiderte er, ohne sich umzudrehen. Wir flogen so tief, dass wir nicht einmal über die Dünenkämme hinauskamen. Sie bogen in einen Seitengang ein, der bald zu einer in den Stein gehauenen Wendeltreppe wurde, die nach unten führte. Schließlich kamen sie in eine Höhlenkammer, die durch an der Decke hängende Leuchtgloben gut erhellt wurde. Am Ende der Höhle stand, an den Boden geduckt wie ein riesiges, sprungbereites Insekt, ein Ornithopter. Die Wände waren also nichts als Imitationen, die man wie Tore zur Wüstenseite hin öffnen konnte. So arm dieser Siege auch sein mochte, er verwendete noch immer die Instrumentalität des Geheimnisvollen und war auf jede Art von Flucht vorbereitet. Idaho öffnete die Tür des Ornithopters für sie und half ihr in den rechts befindlichen Sitz. Als sie sich an ihm vorbei bewegte, sah sie, dass sich auf seiner Stirn Schweißperlen gebildet hatten. Eine Locke war ihm ins Gesicht gefallen. Ohne dass sie etwas dagegen tun konnte, drängte sich ihr die Erinnerung an jenen Tag auf, an dem Idaho sie und Paul, bereits aus zahlreichen Wunden blutend, gegen den Ansturm ihrer Feinde verteidigt hatte. Es war der Anblick der stählernen Tleilaxu-Augen, der sie wieder in die Wirklichkeit zurückholte. Nichts konnte für sie mehr das sein, was es schien. Sie beschäftigte sich damit, den Sicherheitsgurt anzulegen. Es ist lange her, seit sie mich geflogen haben, Duncan, sagte sie. Sehr lange, bestätigte er und überprüfte die Kontrollen. Alphalie und seine beiden Begleiter warteten darauf, dass Idahos Überprüfung positiv war. Sie bereiteten sich darauf vor, die imitierte Felswand beiseite zu schieben. Glauben Sie, dass ich an Ihnen zweifle? fragte Jessica mit sanfter Stimme. Idaho konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf irgendeine Maschinenanzeige, zündete die Antriebsräder und schaute zu, wie sich eine Nadel bewegte. Ein Lächeln lag auf seinen Lippen, aber es dauerte nur eine Sekunde lang und verschwand dann mit der gleichen Schnelligkeit, mit der es gekommen war. Ich bin immer noch eine Atreides, sagte Jessica. Alia nicht. Fürchten Sie sich nicht, sagte er mit rauer Stimme. Ich fühle mich den Atreides immer noch verpflichtet. Alia ist keine Atreides mehr, wiederholte Jessica. Daran brauchen Sie mich nicht zu erinnern, knurrte er. Und jetzt seien Sie still und lassen Sie mich diese Maschine pflegen. Die in seiner Stimme zum Ausdruck kommende Verzweiflung kam überraschend für sie. Diesen Eiderho hatte sie bis jetzt noch nicht kennengelernt. Sie unterdrückte eine erneut aufkeimende Furcht in sich und fragte »Wohin fliegen wir, Duncan? Jetzt können Sie es mir doch sagen!« Anstelle einer Antwort deutete Eiderho mit dem Kopf in die Richtung Alpha-Lies. Sofort öffnete sich die falsche Felswand und ließ das glänzende silberne Sonnenlicht in die Höhle eindringen. Der Ornithopter glitt hinaus, sprang in die Luft und entfaltete blitzschnell seine Schwingen, während die Düsen aufbrüllten und sie in die Luft hoben. Eiderho flog einen südwestlichen Kurs genau auf die Sahaja-Erhebung zu, die als eine dunkle Linie auf dem Sand zu erkennen war. Plötzlich sagte er »Halten Sie mich bitte nicht für ungehobelt, Milady!« »Das habe ich nicht mehr getan seit jener Nacht, in der Sie unsere große Halle im Palast von Araken betraten, betrunken waren und herumbrüllten«, erwiderte Jessica. Aber seine Worte belebten ihre Zweifel erneut und führten dazu, dass er sich in den Zustand des Pranabindu versetzte, sich entspannte und auf alles vorbereitete. »Ich erinnere mich noch gut an diese Nacht«, sagte Eiderho. »Ich war damals noch sehr jung und unerfahren.« »Aber immerhin der beste Schwertmeister im Gefolge meines Herzogs.« »Ganz bestimmt nicht, Milady. Gerni hat mich damals noch in sechs von zehn Kämpfen besiegt.« Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Wo steckt er eigentlich?« »In meinem Auftrag unterwegs.« Er schüttelte den Kopf. »Wissen Sie überhaupt, welchen Weg wir zu gehen haben?« »Ja, Milady.« »Dann erklären Sie ihn mir.« »Sicher.« »Ich versprach, dass ich eine glaubhaft aussehende Verschwörung gegen das Haus Atreides inszenieren würde.« »Und es gab wirklich nur einen Weg, um das zu tun.« Er drückte einen auf dem Armaturenbrett angebrachten Knopf und aus Jessicas Sitz sprangen tausende von dünnen Fäden, die sie sanft umhüllten und sie wie in einen Kokon verpackten. Nur ihr Kopf sah noch daraus hervor. »Ich bringe Sie nach Salusse Sekundus«, sagte er. »Zu verraten.« Jessica versuchte sich gegen die Fesselung zur Wehr zu setzen. musste aber feststellen, dass sich diese, je mehr sie sich dagegen sträubte, enger zusammenzog. Blieb sie entspannt sitzen, weitete sie sich wieder. Die Fäden bestanden aus umwickeltem Skigardraht. »Ich weiß, dass es verboten ist, Skigardraht zu solchen Dingen zu verwenden,« sagte Eidaho. Er schaute sie von der Seite an. »Oh ja. Und unterlassen sie es, die Kraft ihrer Stimme an mir auszuprobieren. Ich habe, seit sie mich auf diese Art steuern konnten, eine Menge dazugelernt.« Er konzentrierte sich wieder auf die Kontrollen und fügte hinzu, »Ich habe es den Tlalaxo zu verdanken, dass ich nun gegen solche Angriffe immun bin.« »Sie arbeiten für Alia,« sagte Jessica. »Und sie?« »Nicht für Alia,« erwiderte Eidaho. »Wir erfüllen das Gebot des Predigers. Er möchte, dass sie Verraden in der gleichen Weise unterrichten wie einst Paul.« Jessica saß in frostigem Schweigen da und erinnerte sich daran, dass Leto gesagt hatte, sie würde bald einem interessanten Schüler vorgestellt werden. Plötzlich sagte sie, »Dieser Prediger, ist er mein Sohn?« Eidohos Stimme schien aus großer Entfernung zu ihr durchzudringen. »Ich wünschte selbst, ich wüsste es.« »Das Universum ist einfach da. Das ist die einzige Art, in der ein Fedai-kin es betrachten kann, wenn er der Herr seiner Sinne bleiben will. Das Universum bedroht uns weder noch verspricht es uns etwas. Es hält Dinge bereit, auf die wir keinen Einfluss haben. Den Fall eines Meteors, die Explosion einer Gewurzblase, das Altwerden und Sterben. Das sind die Realitäten dieses Universums, die man hinnehmen muss, egal welches Gefühl man dabei hat. Man kann sie nicht mit Worten abwehren. Eines Tages werden sie zu euch kommen und dann werdet ihr verstehen, was mit Leben und Tod gemeint ist. Und das Verstehen wird euch mit Freude erfüllen. Mohadib zu seinen Fedaikin. Und das sind die Dinge, die wir in Bewegung gesetzt haben, sagte Vencesia. Wir taten es für dich. Fadadden, der seiner Mutter in ihrem Frühstückszimmer gegenüber saß, schwieg. Die Sonne, die ihr goldenes Licht durch ein hinter ihm liegendes Fenster in den Raum warf, zeichnete seinen Schatten auf dem Fußboden nach. Die Lichtreflexe, die die Wand hinter dem Rücken seiner Mutter zurück warf, erzeugten beinahe einen heiligen Schein um ihren Kopf. Sie trug ihre übliche weiße Robe, die mit Gold abgesetzt war. Erinnerungen an alte Zeiten. Ihr herzförmiges Gesicht strahlte Gelassenheit aus, aber Fadadden wusste genau, dass sie ihn angespannt beobachtete und jede seiner Reaktionen genauestens studierte. Obwohl er gerade erst gefrühstückt hatte, fühlte sich sein Magen leer an. Du billigst das nicht? fragte Vencesia. Gibt es daran etwas zu missbilligen? gab Fadadden zurück. Nun, immerhin haben wir das alles bis jetzt vor dir geheim gehalten. Ach das. Er musterte seine Mutter und versuchte sich über seine komplexe Position in dieser Angelegenheit klar zu werden. Bereits seit längerer Zeit war ihm aufgefallen, dass Tjekanik sie nicht mehr mit »meine Prinzessin« ansprach. Wie nannte er sie wohl jetzt? Königin Mutter? Warum habe ich das Gefühl der Verlorenheit? fragte Fadadden sich. Verliere ich denn etwas? Die Antwort war offensichtlich. Er war im Begriff, die sorglosen Tage zu verlieren, die Zeit zur Verfolgung all jener Gedanken, die ihn beschäftigten. Wenn die Verschwörung, die seine Mutter angezettelt hatte, erfolgreich war, würde er keine Zeit mehr dazu haben, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Diese Zeiten waren dann unwiderruflich vorbei. Er stellte fest, dass er sie vermissen würde. Wie kamen sie überhaupt dazu, in dieser Weise über seine Zeit zu verfügen? Sie hatten ihn nicht einmal um seine Meinung gebeten. Sprich es ruhig aus, sagte seine Mutter. Irgendetwas gefällt dir doch nicht. Was ist, wenn der Plan nicht funktioniert? fragte er und sprach damit das Erste aus, was ihm einfiel. Warum sollte er nicht funktionieren? Ich weiß es nicht. Jeder Plan kann daneben gehen. Und wie habt ihr Idaho in dieser Sache eingesetzt? Idaho? Was interessiert dich denn? Oh ja, dieser geheimnisvolle Mystiker, den Tjek hierher brachte, ohne mich zu fragen. Das war falsch von ihm. Der Mystiker sprach von Idaho, nicht wahr? Was sie aussprach, war eine billige Lüge. Verraten starrte seine Mutter plötzlich verwundert an. Sie hatte die ganze Zeit über gewusst, dass der Prediger hier gewesen war. Ich frage nur, weil ich bis jetzt noch nie einen Gola gesehen habe, sagte er. Vincicia gab sich damit zufrieden und erwiderte, wir haben uns Idaho für eine wichtige Aktion aufgespart. Verraten kaute schweigend auf seiner Oberlippe. Vincicia fühlte sich an seinen verstorbenen Vater erinnert. Auch Dalak war so gewesen wie der Junge. Ein nachdenklicher und komplexer Charakter. Es war schwierig gewesen, seine wahren Absichten zu erkennen. Dalak fiel ihr ein, war ein Verwandter des Grafen Hasimir Fenring gewesen. Beide hatten etwas von der Art von Lebemännern und Fanatikern gleichzeitig gehabt. Würde Fadadden in die gleichen Fußstapfen treten? Sie begann es bereits zu bedauern, dass Tjek den Jungen in der Religion des Planeten Arrakis unterwiesen hatte. Konnte man wissen, wohin das alles noch führen würde? Mit welchem Titel redet dich Tjek neuerdings an? Fragte Fadadden. Wie bitte? Vencissia schaute verstört auf. Ich habe festgestellt, dass er dich nicht mehr meine Prinzessin nennt. Welche Beobachtungsgabe er doch hat, dachte Vencissia und fragte sich, ich hätte Tjek zu meinem Geliebten gemacht? Unsinn, das würde überhaupt nichts ändern. Warum dann diese Frage? Er nennt mich Milady, erwiderte sie. Und weshalb? Weil das weniger auffällig ist und in allen Häusern so Sitte. Einschließlich dem der Atreides, dachte Fadadden. Manche werden glauben, dass wir unsere berechtigten Ansprüche aufgegeben haben, erklärte Vencissia. Wer würde derart dumm sein? fragte Fadadden. Vencissia verzog den Mund, entschied sich aber dann doch, seine Bemerkung unwidersprochen hinzunehmen. Es war nur eine Kleinigkeit, über die sie sich hier unterhielten. Sicherlich. Aber auch aus kleinen Dingen konnten große Probleme erwachsen, wenn man sich zu sehr auf sie versteifte. Lady Jessica hätte Kalladan nicht verlassen sollen, sagte Fadadden. Vencissia schüttelte abrupt den Kopf. Was hatte das nun wieder zu bedeuten? Was sollten diese Gedankensprünge? Laut sagte sie, was willst du damit sagen? Sie hätte nicht nach Arrakes zurückkehren sollen, sagte Fadadden. Das war eine schlechte Strategie. Man fängt an, sich zu wundern. Es wäre besser gewesen, wenn ihre Enkel sie auf Kalladan besucht hätten. Er hat recht, dachte sie und stellte fest, dass sie selbst nie auf diesen Gedanken gekommen war. Diek würde der Sache auf der Stelle nachgehen müssen. Erneut schüttelte sie den Kopf. Nein. Auf was wollte Fadadden überhaupt hinaus? Er musste doch wissen, dass die Priesterschaft es niemals zulassen würde, dass die Zwillinge beide zugleich den Gefahren des Weltraums ausgesetzt wurden. Und das sagte sie ihm auch. Ist das eine Ansicht der Priesterschaft oder der Lady Alias, fragte Fadadden zurück und stellte mit Befriedigung fest, dass es ihm gelungen war, ihre Gedanken genau in die Richtung zu leiten, in der er sie haben wollte. Er fand plötzlich Spaß daran, wichtige Dinge zu entdecken, sie auszusprechen und in den Zusammenhang einer politischen Verschwörung zu bringen. Es war lange her, seit er sich für das Bewusstsein seiner Mutter interessiert hatte. Sie war einfach zu leicht zu überfahren. Du glaubst, dass Alia die Macht für sich selbst will? fragte Vincetia. Fadadden schaute an ihr vorbei. Natürlich wollte Alia das. Alle Berichte, die von diesem verfluchten Planeten eingingen, redeten dieselbe Sprache. Seine Gedanken nahmen eine andere Richtung. Ich habe etwas über ihren Planetologen gelesen, sagte er. Es muss irgendwo einen Schlüssel zu den Sandwürmern geben, der das solltest du wirklich jetzt anderen Leuten überlassen, fiel Vincetia ihm ins Wort. Allmählich verlor sie die Geduld. Ist das alles, was du zu dem, was wir für dich getan haben, zu sagen hast? Ihr habt für mich überhaupt nichts getan, erwiderte Fadadden. Was? Ihr tatet es für das Haus Corino, fuhr er fort. Und das repräsentierst in diesem Moment immer noch du selbst. mich hat man nicht einmal gefragt. Du hast Verpflichtungen, sagte Vincetia. Was ist mit all diesen Leuten, die auf dich vertrauen? Als hätten diese Worte eine Last auf ihn herabgesenkt, fühlte Fadadden plötzlich das Gewicht all jener Träume und Hoffnungen auf seinen Schultern, die das Haus Corino am Leben hielten. Ja, sagte er, ich wie kannst du nur so etwas sagen? Wir tun nichts anderes als das, was jedes Hohe Haus tun würde, dass es darauf anlegt, das eigene Glück voranzutreiben. Tatsächlich? Ich glaube, ihr habt dabei ein wenig übertrieben. Nein, unterbrich mich jetzt nicht. Wenn ich wirklich die Stellung eines Imperators einnehmen soll, ist es besser für dich zu lernen, mir zuzuhören. Glaubst du etwa, ich sei nicht in der Lage zwischen den Zeilen zu lesen? Wozu wurden diese Tiger ausgebildet? Die plötzliche zur Schaustellung seiner zweifellos vorhandenen Fähigkeiten machten Vencesia sprachlos. Ich verstehe, sagte Vaddaten. Ich werde Tjek verschonen, weil ich weiß, dass du ihn so weit gebracht hast. Er ist unter den meisten Umständen ein guter Offizier, aber für seine eigenen Prinzipien würde er lediglich in einer fairen Arena antreten. Seine Prinzipien? Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Offizier liegt in der Starke des Charakters, sagte Vaddaten. Er hat bei seinen Prinzipien zu bleiben, ganz egal, wer ihn herausfordert. Die Tiger waren absolut notwendig, sagte Vencesia. Ich werde das erst dann glauben, wenn sie erfolgreich waren, erwiderte Vaddaten. Aber ich dressiert hat. Du brauchst gar nicht erst zu einem Protest anzusetzen. Es ist offensichtlich. Man hat sie konditioniert. Du hast es selbst gesagt. Was wirst du jetzt tun? fragte Vencesia. Ich werde zunächst einmal abwarten, erwiderte Vaddaten. Vielleicht werde ich doch noch zu einem Imperator. Vencesia legte eine Handfläche auf ihre Brust und seufzte. Einen Augenblick lang hatte sein Verhalten sie wirklich mit Schrecken erfüllt. Sie war nahe daran zu glauben, dass er sie bloß stellen würde. Prinzipien! Doch nun hatte er sich ihr ausgeliefert. Das war unübersehbar. Vaddaten stand auf, ging zur Tür und klingelte nach den Bediensteten. Dann sah er seine Mutter noch einmal an und meinte, das war alles für heute, nicht wahr? Ja. Als er Anstalten machte zu gehen, hob sie die Hand. Wohin willst du? In die Bibliothek. Ich bin in letzter Zeit ziemlich von der Geschichte der Korinus fasziniert. Er ging hinaus und wurde sich im gleichen Augenblick darüber klar, dass er im Begriff war, sich mitschuldig zu machen. Verdammt soll sie sein. Aber er wusste, dass auch er jetzt in dieser Sache drin hing. Ihm wurde plötzlich klar, wie sehr sich doch die Historie, die auf Skigardraht aufgezeichnet war oder die man während irgendwelcher Vorlesungen vermittelt bekam, sich von derjenigen, die man selbst miterlebte, unterschied. Die Geschichte, die im Begriff war, sich in seiner Umgebung abzuspielen, erweckte in ihm das Gefühl, auf eine Zukunft zuzusteuern, die niemand mehr würde rückgängig machen können. Die Hoffnung all jener, die auf ihn vertrauten, waren wie ein Strom, auf dem er hilflos dahintrieb. Er fand es seltsam, dass sich in ihm nicht eine befand, die von ihm selbst stammte. zu ihm ihm zu